Anna Heiser und ihr Geralt sind schon seit einigen Jahren verheiratet. Wie sieht es nach all der Zeit mit der Ehe aus? Bauersucht Frau Anna Heiser Alltagsstress bringt sie an ihre Grenzen. Seitdem sich Geralt und Anna Heiser, 33, bei Bauersucht Frau kennen und lieben gelernt haben, gehen sie gemeinsam durchs Leben. Dafür kehrte die gebürtige Polin Europa sogar den Rücken und zog zu ihrem Liebsten auf dessen Farm nach Namibia. Ein Jahr nach der Kuppelshow wurde ihre Liebe gekrönt. 2018 heiratete das Paar. Und auch das Familienglück ist perfekt. Im Januar 2021 kam Sohn Leon, zwei, zur Welt. Im November 2022 folgte seine Schwester Alina, sieben Monate. Kurzum, es scheint, als habe Anna Heiser die perfekte Familie. Wenngleich das Leben als Zweifachmama mit zwei kleinen Kindern nicht immer leicht ist, wie die 33-Jährige bereits mehrfach zugegeben hat. Bei dem trubeligen Alltag zwischen Erziehung und der Arbeit auf der Farm bleibt wenig Zeit für Zweisamkeit. Jetzt hat Anna verraten, was sie in der Ehe mit Geralt vermisst. Bauer sucht Frau Anna Heiser. Es hat uns schon ziemlich gefehlt. In ihrer Instagram-Story teilte Anna eine Aufnahme von der Terrasse eines Restaurants. Das Ambiente sorgte für eine romantische Stimmung bei ihrem Date mit Geralt, und die konnte die Blondine gut gebrauchen. Wir waren gestern in meinem definitiven Lieblingsrestaurant. Die kleine Auszeit als Paar hat uns so gut getan, ließ sie verlauten. Sie gab zu. Gestern war das auf jeden Fall mit Geralt ein sehr, sehr schöner Abend. Ich muss gestehen, dass es uns schon ziemlich gefehlt hat. Weil die Zeit als Paar zu kurz gekommen ist, haben sich die beiden nun vorgenommen, in Zukunft mehr auf diese zu achten. Wir haben uns vorgenommen, auch mal Zeit für uns allein zu nehmen. Und zwar nicht nur auf der Couch vor dem Fernseher, sondern Zeit, wo wir uns unterhalten, weil das jetzt auf der Strecke geblieben ist, erklärte sie. Die Unterhaltungen sollen sich dabei aber nicht nur um die Kinder oder die Arbeit drehen, denn das können wir auch nie so wirklich voneinander trennen. In Zukunft wollten Anna und Geralt öfter kleine Auszeiten, nur für uns allein zu nehmen. Wie schön! Wie schön!